Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Trinkflaschentest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Trinkflaschentest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Marmaido Trinkflasche Edelstahl. Die Edelstahl-Alkohol-Konsumflasche von Marmaido ist eigentlich wasserdicht und ohne Paar. Spirituosen wurden nach europäischen Vorgaben aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und sind somit widerstandsfähig, reaktionsfrei sowie frei von gefährlichen Stoffen. Der Verbrauchbehälter ist eigentlich vakuumisoliert und auch doppelwandiger, so dass Kondensation nicht mehr gewährleistet ist. Kalte wetteralkoholische Getränke können eiskalt für bis zu 1 Tag sowie warme alkoholische Getränke heiß für etwa 12 Stunden, je nach Ihren Wünschen. Mit einer Höhe von 22,5 cm und einer Größe von 7,5 cm passt diese konsumierende Flasche zu nahezu jedem Rucksack oder Fahrradhalter, so dass Sie Ihren Alkoholkonsumbehälter jederzeit und auch überall problemlos mitnehmen können. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Kokoda Trinkflasche Sport. Die Kokoda Alkoholflasche hat eine Leistung von einem Liter, bewertet 181 G und ist 27 cm hoch. Zusammen mit seiner eigenen Größe passt es praktisch in jede Tasche sowie Fahrradposition. Der Flipdeckel der Alkoholkonsumflasche ist eigentlich staubdicht und auch undurchlässig, so dass Sie sich nicht über Risse ärgern müssen, wenn Sie Ihre Tasche mitbringen. Der Zustand der Flasche schafft es sehr leicht zu greifen und existiert leicht in der Hand. Der Trinkbehälter ist eigentlich etwas klar, um sicherzustellen, dass Sie konsequent sehen können, wie viel Flüssigkeit in der Flasche verbleibt. An der Seite der konsumlosen Flasche ist eine Waage angebracht, mit der Sie mühelos Mixgetränke mischen können. Auf Platz 3 haben wir die Supersparo Drinkflasche. Der Supersparo Alkoholkonsumbehälter ist in vielen Massen wie 350 ml, 500 ml, 750 ml und 1000 ml sowie in mehreren Farbtönen erhältlich. Die Flasche besitzt eine deutsche LFGB-Lizenz und ist PPA-frei. Das verwendete Material ist eigentlich 100% sicherer Kupolyester-Kunststoff, der tatsächlich aus den USA importiert wird. So müssen Sie sich keine Sorgen um schädliche Chemikalien wie PPA machen, die sich in vielen billiger verbrauchenden Behältern befinden. Die Abdeckung ist eigentlich auslaufsicher und der Stiel ist immer einfach gehalten. Sie müssen die Wasserflasche ständig mit kaltem Wasser ausspülen, kurz bevor Sie sie verwenden, aber einfach mit gemütlichem Wasser und Spülflüssigkeit nach Gebrauch. Umzug auf Nummer 2 haben wir die 720 Grey Trinkflasche. Die Wasserflasche aus 720 Grey Uber-Bootler ist ohne PPA, BPS und Phthalate, daher müssen Sie auf Tee müssen über giftige Substanzen zusammen mit jedem Schluck zu betonen. Neben Wasser und verschiedenen anderen Flüssigkeiten können Sie auch leicht stimulierende Fruchtprodukte oder sogar Eiswürfel in den Fruchtproduktbehälter integrieren. Das für die Flasche verwendete Produkt wurde tatsächlich aus leichten und schwerem Tritanko-Polyester gefertigt. Die spezielle seidegeschicht sorgt für ein hohes Maß an Komfort und wirkt heute unminimalistisch. Mit einem Durchmesser von 7,8 cm, einer Gesamthöhe von 28,5 cm sowie einem Körpergewicht von 225 G ist dieser Behälter praktisch in jede Tasche, jedes Fahrradregal sowie verschiedene andere Dinge einzusteigen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die 720 Grey Edelstahl. Die Alkoholkunstumflasche aus 720 Grey Milch-Bootler kann auf 750 ml oder 1000 ml Flüssigkeit verzögern und ist auch in vielen verschiedenen Farben leicht erhältlich. Es ist eigentlich auslaufsicher und 100% fest wegen des Silikonbandes und der Schraubgrenze, so dass Schnaps auch sehr gut für Kinder geeignet ist. Mit einer Größe von 7,2 cm, einer Gesamthöhe von 28,2 cm sowie einem Gewicht von 372 G bietet diese Flasche praktisch jede Art von College-Tasche, aber auch zahlreiche andere Taschen. Das Produkt von Spirituosen verfügt über lebensmittelsicheres Silikon und auch Edelstahl und ist auch frei von PA, BPS und auch Thalaten. Der Hersteller liefert ein 100% vollständiges Zufriedenheits- oder Kreditrückverheißungsversprechen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergesst,